Und es passt ein ordentlicher Wind hier auf Kaskara, wie wir es gewöhnt sind. Hey, Delgado, Mann, was hast du mit meinem Dach gemacht? Großer Gott, bist du denn vollends von Sinnen, mein Sohn? Im Namen der kämpfenden Front Freies Kaskara klären wir diese Radiostation für besetzt. Okay, wir wollen sofort mit den unterdrückten Massen sprechen. Mit welchen Dingern wird in der Kasten eingeschaltet? Das ist die Stimme des Senders Freies Kaskara. Hey, nicht so laut, Mann, fing er mir die Ohren ab. Äh, Verzeihung. Oh, ihr bleibt ganz cool. Hört auf die Stimme eures Anführers, singender Rebell. Drei, vier. Leute von Kaskara, wo immer ihr seid, hört, was ich zu sagen hab. Hört den Song. Okay. Die Liberalisten machen sich immer mehr breit. Schweigt euch nicht in euer Grab. Hört den Song. Okay. Wartet nicht mehr länger.